EO Party People, obwohl das ist ja in der aktuellen Zeit nicht so ganz so angesagt. EO Quarantäne People und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Rising Storm 2 Vietnam. Und zwar wurde ich gebeten etwas zu erklären und zwar das merkwürdige neue Granatgerät. Allerdings um das zu verstehen würde ich erstmal gern nochmal kurz das alte Granatgerät zeigen. Und zwar den guten alten M79 Granatwerfer. So, dann machen wir den mal kurz platt und erklären dann mal wie dieses Ding funktioniert. Und zwar ist es relativ einfach, das Ding verhält sich eigentlich eher wie so eine riesige Büchse. Da ist eine Granate drin und diese Granate hat immer die gleiche Flugbahn. Und um zu wissen wo unsere Granate denn auftrifft, haben wir hier ein sogenanntes Leitervisier. Das hier ist die Nahkampfeinstellung und hier können wir einstellen, die Entfernung. Die können wir erstens mal direkt an der Leiter ablesen, das heißt wir haben Rad 200. Wir können das allerdings auch unten rechts ablesen. Das bedeutet, wir haben sozusagen eine Rassanz fest, beziehungsweise eine Flugbahn fest mit der Granate und müssen uns dann mit dem Visier unserer Granate anpassen. Übrigens kleine Schleichwerbung an dem Rand, obwohl es ist ja eigentlich keine Schleichwerbung. Und zwar habe ich beim Durchsuchen von alten Sachen ein paar alte Skizzen und Stabilo Zeichnungen von mir gefunden. Die habe ich alle auf meine billige alte HDML Seite hochgeladen. Die Zeichnungen sind aus einer gewissen Episode aus meinem Leben und so praktisch, dass ich die einblenden kann. So, ich blende jetzt mal hier das Ding ein. Grün ist die Flugkurve unserer Granate und die schwarzen Striche sind unsere verschiedenen Einstellungen fürs Visier. Und dann gucken wir mal, ich meine das Ziel da hinten, ach stimmt, genau, die Entfernung dieser Ziele wurde geändert. Früher war das Ziel ganz hinten, das ganz kleine waren 200 Meter. Jetzt sind das nur noch 180 Meter. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, hier die Entfernung zu ändern. Aber gucken wir mal, das war Treffen. Wenn das 180 Meter sind, dann nehme ich aber 175 Meter Entfernung und halte ein bisschen drunter. Jo, Bullseye getroffen. Sehr gut. So, als nächstes Beispiel nehmen wir das da. Das sind etwa 130 Meter, soweit ich das weiß. Dann nehmen wir hier, halten wir da ein bisschen drunter. Und wieder perfekt getroffen. Das ist relativ einfach zu verstehen. Das heißt, dieses Granatgerät hier funktioniert einfach wie eine etwas überdimensionierte Büchse mit ein bisschen schlechterer Rassanz. Das heißt, ein bisschen höherer Flugbahn. Aber gucken wir uns mal unseren Neuankömmling an. Wir haben neu dabei das belgische Mars 49 Gewehr. Einmal ohne alles, einmal mit Zielvisier und einmal mit diesem komischen Ding da vorne drauf. Das ist eine sogenannte Gewehrgranate. Und zwar hatte man lange keine einzelnen Granatgeräte, sondern man hatte schon sehr, sehr lange Zeit diese Gewehrgranaten. Das bedeutet, man hat hier ein Gewehr mit einer Granate vorne dran. Und wie das hier in diesem Fall hier funktioniert, zeige ich euch jetzt. Übrigens würde ich quasi empfehlen, also naja, nicht zwingend, also das hier geht jetzt gerade weiter. Wenn ihr euch mehr für Gewehrgranaten interessiert, besonders die aus dem zweiten Weltkrieg. Ich habe damals ein spezielles Video dafür gemacht in Day of Infamy. Link oben in der Infokarte, hoffentlich schon seit Anfang an. So, hier haben wir das Mars 49. Das ist ein relativ normales Selbstladegewehr. Und das hat auch eine ganz normale Entfernungseinstellung. So, 200. Ein bisschen drüber. Und getroffen. Das ist auch relativ gut. Das ist relativ kampfstark. Mir gefällt es ganz gut. Falls ihr mögt, kann ich auch ein eigenes Video zu dem Gewehr machen. Das wird wie folgt nachgeladen. Und zwar kann man einmal das Magazin wechseln. Und ich meine, wenn man 5 Schuss verschießt, dann sieht das Ganze so aus, dass man es dann auch von oben mit Ladestreifen beladen kann. So, aber kommen wir zum interessanten Part. Und zwar zur Gewehrgranate. Die drücken wir mit C auf. Die kommt vorne auf den Lauf. Das heißt, es ist das System Schießdorn. Und es kommt eine andere Kugel in die Patronenkammer. Also erst auf die Verschlussbahn, dann in die Patronenkammer. Das hängt damit zusammen, dass das ja für so eine Granate, die auf dem Lauf steckt, ein bisschen sehr gefährlich wäre. Wenn man da ein richtiges Projektil reinballern würde, dann würde die wahrscheinlich explodieren. Deswegen benutzt das Ganze hier eine sogenannte Treibladungskartusche. Es ist nämlich keine Patrone, weil Patronen brauchen immer ein Geschoss. So, dann nehmen wir das Ganze mal ab. Einmal repetieren, dann kommt das Ding raus. Zeigen wir das nochmal. Und zwar erstmal Granate auf den Lauf. Dann Verschluss auf. So, Treibladungskartusche rein. Ihr seht auch, wenn er ganz schnell hinguckt. Ich versuche euch jetzt mal kurz so ein Standbild einzublenden. Oder wir machen das Ganze nochmal in Zeitlupe. Dann seht ihr, dass nämlich unsere Treibladungskartusche hat im Gegensatz zu den Patronen, welche sich unten im Magazin befinden, also dort sichtbar sind, kein Projektil vorne dran hat. Das heißt, kein Geschoss. Und das hängt damit zusammen. Wir wollen natürlich diese Gewehrgranate hier verschießen. Die wollen wir natürlich nicht werfen. Denn dann könnten wir genauso gut eine Handgranate nehmen. Wir benutzen also eine Kartusche, wo nur Schießpulver drin ist. Und dieses Schießpulver, also diese Energie des Schießpulvers benutzen wir, um halt die Gewehrgranate vorne abzuschießen. Aber dann kommen wir mal zu dem, was das Ganze hier hochinteressant macht. Dazu gehe ich wohin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Und zwar, wenn man jetzt versucht anzuzielen, passiert nämlich folgendes. Und zwar, als erstes ducken wir uns zwangsweise, was ein bisschen komisch ist. Und das hängt damit zusammen, dass die Franzosen so ein bisschen eine Tradition damit haben. Mit ihren Gewehrgranaten ein bisschen zu übertreiben. Und zwar, wenn wir das in der Realität einfach von der Schulter abschießen würden, hätte das viel zu viel Rückstoß. Und deswegen haben sich die Franzosen gedacht, wir machen unsere Gewehrgranate richtig heftig. Wir machen auch richtig viel Pulver in die Treiblandskartusche. Dafür sagen wir aber den Soldaten, dass sie das Gewehr dann gefälligst wie so ein Mörser auf den Boden stellen sollen. So, wenn wir nach unten gucken, sehen wir auch so, dass wir das so ein bisschen auf den Boden gestellt haben. Also in der Realität würde man jetzt hergehen und das Gewehr so im 45 Grad Winkel auf den Boden stellen. Da haben die, wie gesagt, die Franzosen Traditionen drin. Das ist auch relativ interessant. Und zwar, die Gewehrgranaten, die es für die erste Version des FAMAS gab. Da musste man das FAMAS auch in so einer ganz, ganz komischen Haltung so mit zwei Armen umschließen, greifend in die Schulter eindrücken. Wenn man das nicht gemacht hat, hatte man eine große Chance, sich die Schulter zu brechen. Das heißt, französische Gewehrgranaten sind traditionell relativ heftig. Aber kommen wir zum nächsten, was auffällt. Und zwar, wir können nach oben und unten gucken, aber das Gewehr bewegt sich nicht. Des Weiteren haben wir hier eine eigene Visiereinrichtung. Sonst zeige ich das nochmal, das Gewehr normal. Wenn wir mit dem Gewehr normal schießen, dann benutzen wir hier Kimme und Korn. Und wenn wir allerdings die Gewehrgranate drauf tun, dann benutzen wir hier Kimme und Korn und zwar eigens. Und zwar diese Kimme und Korn, die sind speziell nur für das Abschießen von Gewehrgranaten. Und wir können nicht nach oben, also wir können nach oben und unten gucken, aber das Gewehr kommt nicht mit. Das hängt damit zusammen, dass das Ganze so gedacht ist, dass man das Gewehr immer in einem 45 Grad Winkel aufstellt. Und die Visierung ist auch nicht verstellbar. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wenn wir die Visierung nicht verstellen können, wie sollen wir dann anständig die Entfernung einstellen? Und jetzt kommen wir zu dem, was das Ganze extrem kurios macht. Und zwar, wenn wir die Entfernung einstellen, passiert folgendes. Dann kommt die Granate näher zum Lauf oder wird weiter weggeschoben. Und jetzt fragen sich die meisten, was soll das? Was ist das für ein komisches System? Und zwar hatten wir ja vorher beim M79 das System, wir hatten eine feste Granatenflugbahn und um zu treffen, stellen wir unsere Visierung ein. Das ist hier komplett verdreht, also einmal umgekehrt. Unsere Visierung ist immer gleich und wir stellen die Granatenflugbahn ein. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wie stellt man bei so einer Granate die Flugbahn ein? Und das ist ganz interessant. Und zwar, ich mache hier mal einen roten Pfeil dran. An dem Visier gibt es eine Rädeschraube, ähnlich wie bei so einem Engländerschraubenschlüssel. Und die sorgt dafür, dass hier so ein Stab vorne aus dem Gewehr rauskommt. Dieser Stab schiebt die Granate weiter weg und näher dran. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist das denn für ein Blödsinn? Wie soll das denn funktionieren? Die paar Millimeter hier vorne, was machen die denn aus? Dass die Granate hier so ein bisschen höher ist. Und genau das hängt damit zusammen, dass um desto höher die Granate ist, also um desto weiter die Granate vom Lauf weg ist, um desto weniger Zeit vergeht, bis die Granate den Lauf verlässt. Und in dieser wenigen Zeit können die Pulvergase der Treibladungskartusche nicht so lange auf die Granate einwirken. Wenn ich die Granate zum Beispiel wieder näher ans Gewehr dranhole, dann erhöht sich unsere Reichweite, weil jetzt die Pulvergase der Treibladungskartusche mehr Zeit haben, diese Granate zu beschleunigen. Und das Ganze kann ich euch mit einer Zeichnung auch nochmal hier einblenden. Diesmal haben wir nur einen schwarzen Strich. Das heißt, wir haben nur eine Visierlinie. Wir haben aber drei verschiedene Rasanzen, also drei verschiedene Flugkurven. Und zwar einmal rot, orange und grün, meine ich. Und das heißt, wir gehen hier genau umgekehrt hin. Und genau das ist das Witzige. Komm, schießen wir mal. So, jetzt stellen wir mal ein, wir brauchen so etwa 180 Meter Reichweite für dieses Ziel. Das heißt, unsere Granate hat jetzt einen bestimmten Abstand zum Lauf. Schießen, gucken. Die fliegt übrigens unglaublich lange. Und Bums, wir haben getroffen. Das heißt, wir haben diesen Abstandsregler. Hier seht ihr das nochmal. Das ist halt so eine Abstandsmuffe. Und durch diese Abstandsmuffe können wir halt bestimmen, wie weit, also in welchem Winkel unsere Granate fliegt. Und ich finde das unglaublich witzig. Also unglaublich kurios auch. So, wir brauchen natürlich noch eine neue Treibladungskartusche. Übrigens, wenn wir die Granate wieder abnehmen, entfernter Soldat auch automatisch wieder die Treibladungskartusche repetiert einmal und lädt damit halt eine scharfe Patrone. Das heißt, eine echte Patrone mit Projektil. Wenn wir die Gewehrgranate wieder hochtun, wird wieder repetiert. Eigentlich würden wir dabei jedes Mal eine scharfe Patrone, also eine echte Patrone mit Geschoss jedes Mal verschwenden. So, gucken wir mal. Ich glaube, das nächste war so 130 Meter. Und was mir die ganze Zeit passiert, ich drehe immer in die falsche Richtung. Ich denke nämlich immer, eigentlich müsste ja, wenn die Granate weiter weg ist, das mehr Reichweite haben. Es ist aber genau umgekehrt. Und genau diesen Knick muss man halt aus seinen Gedanken rausholen, wenn man mit dem Ding halt richtig umgehen möchte. Und? Ja, ein bisschen, ein bisschen daneben. Das Ganze ist auch nicht das Präziseste. Und zwar hat sich dieses System auch nicht durchgesetzt, weil es war unglaublich unpräzise. Es gab ständig damit irgendwelche Unfälle, weil irgendwelche Soldaten dann doch hergegangen sind und haben dann Patronen mit Geschoss in diese Granate da vorne reingefeuert. Es hat allerdings den Vorteil, dass man halt nur eine Waffe an den Soldaten ausgeben muss. Es gibt ja diese furchtbaren Geschichten von den ganzen US-Soldaten in Vietnam, die dann nur ihren M79-Granat, also ihr M79-Granatgerät dabei hatten und dann nur eine Pistole dann überrascht wurden und die Pistole nicht so schnell ziehen konnten. Das würde hier nicht passieren. Und zwar in der Realität sieht das so aus. Ich kann hier meine Gewehrranat anfeuern und könnte damit in der Realität... Ach, das kann ich hier auch! ...dann sofort meine 10 Schuss an regulärer Munition verschießen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Neben dem Test war das irgendwie anders. Was man hier übrigens in Rising Storm 2 Vietnam auch machen kann, was in der Realität nicht so ganz so gut funktionieren würde. Man geht hier hin, stellt das Ganze auf die Höchsteinstellung, also 260 Meter und kann das Ding dann auch per Hand verschießen. In der Realität würde das nicht so gut gehen. Das macht man zweimal und dann tut einem die Schulter schon ordentlich weh. Übrigens kommt hier manchmal der Fehlerkugel geladen an. Einfach nochmal C drücken. C ist bei jeder Waffe die Spezialfähigkeit. Und wenn man damit relativ sich gut auskennt und damit gute Erfahrungen hat, was ich nicht habe... Ja, ich wollte das Ziel da hinten treffen, das war ordentlich daneben. Dann kann man die ganzen Gewehrgranaten auch so verschießen. Achso, ich habe einfach meine Gewehrgranaten verschossen. So, das war das dazu. Das bedeutet, wir haben hier halt das umgekehrte System. Und das System ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Allerdings ist der Soldat hier im Spiel schlau genug, dass es nicht zu Unfällen kommt und man sich nicht selbst damit wegbombt, weil man ein scharfes Geschoss in die Gewehrgranate reinfeuert. Ich finde es übrigens unglaublich korrekt von den Leuten, dass obwohl das Spiel jetzt nicht die größte Playerbase hat, die nachhinein noch Waffen hinzugefügt haben und dann Waffen, die so cool, so realistisch dargestellt sind. Denn ich bin von anderen Spielen sehr viel schlimmere Sachen gewöhnt, was Granatgeräte angeht. So, dann meine ich aber, dann war es das soweit zur Erklärung. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Dann nochmal die Erinnerung. Guckt euch meine billige HDML-Seite und die coolen Zeichnungen an. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwann nochmal die ganzen Zeichnungen auch beschrifte. Was wäre ein Video ohne rausgeschnittenen Röpser? Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Hoffentlich vergesse ich nicht, das Video zu verlinken zu den Granatgeräten in Day of Infamy. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann!